Hulk, es tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Nein! Hey Thor, wie geht's denn so? Mir geht es gut, aber lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass du viel an Hulk denken musst, aber die Timekeeper sind für dich da, wenn du sie brauchst. Danke. Aber ich bleibe erstmal hier bei den Future Avengers. Du weißt, wo du mich finden kannst. Was ist das? Ah! Wo bin ich hier? Willkommen! Hallo, mein E-Mit-Meiner! Oh, mein E-Mit-Meiner! Oh, mein E-Mit-Meiner! Oh, mein E-Mit-Meiner!